Hallihallöchen, wir sind wieder zurück bei Magic Craft, ich habe gerade eben aus Versehen aufgenommen und hatte nur Black Screen. Deswegen haben wir jetzt bekommen, einmal das hier, Movement Speed wird reduziert, das habe ich der Spinne gegeben, Radius wird erhöht, habe ich der Spinne gegeben. Das habe ich sowieso schon der Spinne gegeben und das ist halt die Spinne. Dann hatte ich hier ein Gift und das habe ich erst auf dem Zauberstab gemacht, habe den Zauberstab dann, äh, habe dann die Spinne beschworen, deswegen ist sie auch so grün. Und habe dann das Gift hier drüber gemacht, deswegen ist hier auch, äh, alle, also nicht viel davon da. Dann haben wir bekommen hier so ein Blitzding, das kann ich schnell zeigen, das ist das hier, da kommen Blitze runter in dem Areal. Ähm, und halt das Hole, das machen wir jetzt gleich, weil der Bossfight gleich da ist, ansonsten habe ich Gift Protection Dings. Und das haben wir noch bekommen, ich weiß noch nicht gerade, wo wir das hin tun sollen. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal weiter. Ansonsten alles beim Alten. So, und ich glaube, die Spinne... Ach, das war das Gedöns. Ja, das ist, glaube ich, trotzdem nicht schlecht. Müssen wir nur aufpassen. Wo wir hinlaufen... Oh, warte mal, zeigt meine Spinne... Meine Spinne zeigt an, wo sie hingeht. Achso, und hier ist ein Schatten. Das mit dem Schatten habe ich ja noch gar nicht gecheckt. Das ist hier mal übel gut. So. Einmal hier die Spellrotation. Da kommt sie als nächstes auf. So, da kriegt sie auch... Oh, fuck, ich laufe die ganze Zeit durch das Gift. Das ist halt auch nicht so... Ja, zu früh. Sehr schön. So. Du, 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 du. So. Ähm. Was macht denn das? Spell Damage. Ja, hallo. Nehme ich. Ähm. Was ist denn? Ich mache das jetzt komplett raus. Wenn ich ihm das hier gebe. Gut. Äh, dann gehe ich auf die Eins und mache das. Perfekt. So, dann muss ich... Ne, genau. Dann kann ich das nämlich hier alles drauf machen. Ach, jetzt habe ich den ausprobiert beschworen. Ja, das habe ich halt einfach... Ah, ne. Kann ich ja hier hin machen. Ne, aber da soll ja dann das Gift hin. So. Eins. Dann gehe ich direkt hier drauf. Gift da hin. Mache ich hier wieder die Bälle rein. Und ich glaube, das mache ich auch weg. Und mache das dazu rein. Aber macht denn das jetzt weniger Schaden? Ah. Ah. Das machen wir mal weg. Ich finde das aber einfach... doof. Das muss halt hier so Kleinigkeiten sein. Warte mal. Obwohl das eigentlich auch nicht ganz schlecht ist. Es ist zwar der... Der Schaden wird zwar reduziert, aber halt nicht von dem. Und ich habe hier sowieso so wenig. Und hier habe ich ja dann wieder Plus. Also das hebt sich auf. Deswegen lassen wir das mal so. So. Mal gehen wir hier erstmal hin. Oh, Falle. Oh, Falle. Alter, ich muss echt auf... Jetzt habe ich nur eine andere Frage. Ups. Ich sollte den erstmal töten. Radius riesig, ja. Okay. Aber ich habe noch einen Schlüssel. Ich habe sogar noch zwei Schlüssel. Komm, auf. Hm. Ich hätte das hier können. 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 Ich hätte zwei Attack after taking damage. Das finde ich irgendwie cool. Wenn ich das richtig verstanden habe. Damit kann ich innerhalb von zwei Sekunden nur einmal getroffen werden. Ja. Das ist... Das ist cool. Das kann ich aber auch mal. Das ist auch nicht schlecht. So, jetzt haben wir noch einen. Da. Sehr schön. Äh, wo vielleicht... Die damage to all enemies, wenn you take damage... Oh, ja. Jetzt sind wir mittlerweile an einem Punkt, wo das echt gar nicht so schlecht ist. Damage... Äh, 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 Leben habe ich gerade, finde ich, genug. Super. Nächste kommt da. Alter, allein... Ey, die Spinne, die ist einfach so OP. Die macht ja nur... Was macht das hier nochmal? Wir nehmen das. So, was haben wir jetzt? To dodge. Das machen wir mal. Dann haben wir keine Mana-Probleme. Auch wenn wir zur Zeit keine Mana-Probleme haben. Äh, Shop. Wir haben 48. Das nehmen wir mal mit. Weil dann ist die, glaube ich, wirklich unsterblich. Aber irgendwann mal lese ich das jetzt richtig. Ach, jetzt habe ich hier nichts. Aber mal doch. Äh, welcher Skill? Der... 13. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Genau. Cool. Ach, das ist eine Doppelung. Ah, cool. Das ist schön. Ähm, ja. Machen wir mal hier weiter. Upp. Also, ich muss sagen, ich bin gerade... echt übelst zufrieden. Sehr schön. Sehr schön. 8% Shots. Drops Content. Wenn wir... Ja. Ähm. Echt übelst zufrieden. Mit den Stats, die wir haben. Die sind halt echt... Ups. Falle. Ach, du Scheiße. Okay, jetzt gucken wir mal. Ah, die Ghosts, die hatte ich, glaube ich, schon immer. Ja, die sind doof. Die können weg. So. Aber das ist, glaube ich, übel. Moment, tut er jetzt alles abschießen? Der schießt jetzt alles ab. Übel praktisch. Übel praktisch. Im Augen... Oh, das verbunden mit dem hier. Mal ganz doof. Ja, ich würde Schaden verlieren. Achso, nee, Moment, das macht ja so überhaupt gar keinen Sinn. Das hat ja so überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Ja, doch, ich kann das wegnehmen, das wegnehmen. Dann mache ich das so. Dann mache ich den doppelten Schaden. Das könnten wir mal ausprobieren. So. Nächster Raum. Und ich habe kein Mana mehr. Oh, ich habe jetzt ganz doofe Ideen. Erstmal nehmen wir die ganz doofe Idee. Ah, das funktioniert nicht. Also, ich kann keine zwei Spinnen dadurch zaubern. Schade. Wäre witzig gewesen. Ähm. Nehmen wir nochmal eine. So. Warum ist hier jetzt eigentlich gelb? Statt grün. Ach, wird schon passen. Ah, Miniboss. Ich habe sowas von gar kein Mana. Ja, aber wenigstens ist er schnell down. Jetzt muss ich aber mal ganz kurz gucken. Ich habe das doch richtig, oder? Ja. Gut, die Cooldown ist etwas höher. Aber das ist ja egal. Alter. Achso. Übelgut. Das ist ein Projektil. Oh, warte mal. Das ist ein Laser. Den will ich ausprobieren. Huhuhu. Cool. So. Weg damit. Alter. Wenn ich das weg mache, ist das dann ein... Ne, der hat immer eine gewisse Toleranz. Aber trotzdem übel. Übel. So, äh, Max-HP haben wir genug. Aufleveln will ich gerade eigentlich nicht. Aber ich könnte das ein oder andere einfach mal entchargen. Also rerollen. Genau. Das habe ich... Das kann weg. Jo. Also, das kann eigentlich auch weg. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich das benutze, passiv. Mhm. Ähm. Und das kann weg. Hier habe ich Protect... Das habe ich schon immer. Das ist gar nicht so schlecht. Noch irgendwas? Ne, der Rest sieht ganz normal aus. Ne, warte mal. Was war denn das hier nochmal? Ah, Radius-Effekt. Ne, das lassen wir auch mal. Das lassen wir auch auf jeden Fall mal. So, das ist ganz kurz nach hinten. Das behalten wir. Also, ich möchte mal ganz kurz mal gucken, wie das aussieht. Ne, ich mache das. Öh, ups. Das meine ich. Ja. Besser. Alter, und die behalte ich mal. Wenn wir irgendwann mal einen neuen Zauberstab bekommen. Ähm. Spellroom. So. Ui. Hat Schaden gemacht. Ich habe keinen Mana mehr. Also, ich brauche... Ich könnte so ein Busy Mana brauchen. Also, erstmal das Ding weg. Das Ding geht dir mal ein volloffener. Super. Jetzt wurde ich ja noch getroffen von dem Mill. So, warten hier ganz kurz. Super. Jetzt habe ich keinen Mana mehr. So. So, ganz kurz. Cooldown. Noch weniger. Perfekt. Das Projekt hier will ich einfach mal... Oh, cool. Aber das ist direkt am Körper. Will ich nicht... Danke. Ach so, das sind Bomben. Oh, fuck. Hm, 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 hm. Ah, da hinten noch. Das machen wir noch. Das ist sehr, sehr schön. Aber dann würde ich sagen, den Rest machen wir später. Also, wann anders mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und rein bis dann. Tschüssi.